Bum-ba-bum-ba-bum-ba-bum Bum-ba-bum-ba-ba-bum Ja, hallo und willkommen zurück zu Superkörbe Clash mit einem weiteren Passwortvideo Und zwar ist diesmal ein einfaches Passwortvideo, weil wir müssen nicht mit japanischen Schriftzeichen arbeiten, nicht so wie beim letzten Mal Aber gehört ja auch dazu, wenn man ein paar Abfalljuwelen haben möchte, gell? So ist es ja nicht Also erstmal wieder auf Deutsch oder Englisch stellen, je nachdem, wo man lieber mag, gell? Und natürlich auch alles wieder großschreiben Und das Schöne daran ist, es ist auf jeden Fall ein... Alles großschreiben, bitte, Dankeschön, so Einen Charakter, den jeder kennt von Kirby, weil... Man sieht ihn eigentlich jedes Mal, wenn man das Spiel startet Und zwar haben wir hier unseren Waddle Dee Sehr simpel, sehr schön, gell? Wird auch mal Zeit, dass er auch ein eigenes Passwort bekommt, gell, in dem Sinne Und da haben wir unsere 10 Apfeljuwelen Unsere monatlichen 10 Apfeljuwelen Sehr schön Und ja, dieses Passwort, wie gesagt, ist halt das monatliche Passwort Und das läuft dann am... Wann war das nochmal? Äh... Am 2.8. ab Also hier am... Äh... August, ja, egal, genau Ja, ich bin schon ein bisschen wieder verpeilt heute Ich hab vorhin noch das japanische Passwort eingegeben Und das hat mich ein bisschen Mühe gekostet, gell, wie immer Und für die Leute, die halt das andere Passwort nicht gesehen haben Oben rechts habe ich ja wieder genug Apfeljuwelen Das heißt, es wird auch wohl im Laufe dieser Woche dann noch ein, äh... Weiteres Video kommen, wo ich dann wieder gegen den Boss kämpfe Natürlich neue Ausrüstung kaufe und so weiter Ihr kennt das ganze ja Und, äh... Ich werde dann auch noch was anderes zeigen Aber das betrifft dann halt hier zum Beispiel die, äh... Die Glocke hier Aber das kann ich natürlich dann nur dann machen, wenn ich sie auch aktiviere, danke Aber, ja... Dann hat euch das ganze wieder gefallen Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Super Kirby Clash sehen wollt Vor allem was Passwort angeht, gell Nicht zu vergessen immer schon die Glocke zu aktivieren Ihnen gehen wir auch bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst Und, ja... Dann sehen wir uns das nächste Mal Ciao, ciao...